Gefährdet Lei Jun mit seiner neuen Vision die Zukunft von Xiaomi? Zumindest die Xiaomi Aktie befindet sich seit Monaten in einer Korrekturphase und der Aktienkurs kennt nur eine Richtung, nach unten. In diesem Video schauen wir uns an, was aktuell die Aktie bewegt, wie die letzten Quartalszahlen und die Entwicklung ist, wo die Aktie einen Boden eventuell finden könnte und ob Lei Juns neue Vision von Xiaomi tatsächlich das Unternehmen gefährdet. Starten wir zuallererst aber mit den Quartalszahlen, die am 23.11. veröffentlicht wurden. Und diese Zahlen stehen erstmal weiterhin für Wachstum. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Q3 im letzten Jahr um 8,2% zu liegen, das Adjusted Net Profit um 25%. Auch die Nutzerzahlen haben weiterhin ein ordentliches Wachstum. Global gesehen betrug das Nutzerwachstum 32%, in China aber nur 16,4%. Erstaunlich ist auch das weiterhin sehr starke Wachstum bei Kernusern der AIoT-Plattform, das um 33,1% wachsen konnte. Und ebenfalls sehr aussagekräftig, dass die Nutzerbasis, die mehr als 5 Xiaomi-Produkte im Haushalt besitzen und miteinander verbunden haben, ebenfalls um 42,8% gestiegen ist. Weltweit gesehen war man im Q3 hinter Apple und Samsung auf Platz 3 der führenden Smartphone-Verkäufer. In China hat es aber nur für Platz 4 gereicht. Schaut man sich die Umsatzaufteilung an, kann man ebenfalls einige interessante Informationen rausziehen. Das Smartphone-Geschäft zum Beispiel blieb ohne großes Wachstum, dafür konnte vor allem das Internet-Service-Segment ordentlich zulegen, was in den vergangenen Quartalen eher enttäuscht hatte. Schauen wir uns zunächst aber das Smartphone-Geschäft an, das immer noch Hauptumsatztreiber ist. Xiaomi war in seinem Smartphone-Geschäft deutlich von der Chip-Knappheit betroffen, weswegen man die Stückzahlen nicht erreichen konnte, die möglich gewesen wären. Auf der anderen Seite hat sich jedoch der Trend weiter fortgesetzt, auf den ich schon vor knapp einem Jahr hingewiesen habe. Xiaomi kann sich nämlich immer besser im Premium-Markt festigen und dort auch seine Anteile steigern. Das Wachstum kommt im Moment überwiegend aus dem internationalen Geschäft. Hier konnte man im Premium-Segment sogar ein Wachstum um 180% erreichen. Der Average Selling-Preis, auf Deutsch also der durchschnittliche Verkaufspreis von einem Xiaomi-Smartphone, ist auf den internationalen Märkten sogar deutlich gestiegen. Xiaomi ist international also nicht mehr als billiger China-Hersteller bekannt, sondern hat sich meiner Ansicht nach vor allem als Preis-Leistungs-Sieger etabliert, über alle Preissegmente hinweg. Vor allem in West- und Osteuropa sowie Indien ist Xiaomi im Übrigen sehr stark. In den großen Märkten Spanien, Italien, Frankreich, Indien, Russland und der Türkei ist man entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2. In Deutschland rangiert man im Übrigen nur auf Platz 3 und im Heimatmarkt China nur auf Rang 4. Und der chinesische Markt ist dann auch etwas der Dämpfer in den Zahlen. Xiaomi kann sich hier nicht von Opo, Vivo oder Honor absetzen. Im Gegenteil, man hinkt sogar eher hinterher. Wobei hier Xiaomi nun einen etwas anderen Ansatz verfolgt mittlerweile, um langfristig weiter im Heimatmarkt wachsen zu können. Man will nun mit seinen Mi-Stores auch raus in die kleinen Städte und in die Provinzen, wobei kleinere Städte in Anführungszeichen in Chinasprache immer noch Multimillionen-Städte sind. Das wird aber zur Folge haben, dass hier Xiaomi wieder größere Investitionen durchführen wird müssen und somit auch die Kosten weiter steigen dürften. Das Smartphone-Geschäft liefert also Licht und Schatten. Der internationale Markt ist sehr stark und das, obwohl man in den USA noch gar nicht vertreten ist. Auf der anderen Seite schwächelt man aber etwas auf dem Heimatmarkt. Das zweite sehr wichtige Segment von Xiaomi's Business-Modell ist der Bereich Internet of Things, wo alle anderen Hardware-Produkte drunter fallen. Also zum Beispiel Smartwatches, Fernseher und vieles, vieles mehr. Hier konnte man gegenüber letztem Jahr einen schönen Anstieg im Umsatz verzeichnen. Zu erwähnen im IoT-Bereich ist im Übrigen im Moment auch das extrem starke Wachstum im Bereich der smarten Fernseher, wo Xiaomi in China und Indien führend ist und zudem auch einen starken Anstieg im internationalen Geschäft zu verzeichnen hat. Aber auch im IoT-Bereich gibt es Licht und Schatten, während man sehr stark ist im Umsatz und führend in bestimmten Produktkategorien sinken auf der anderen Seite die Margen in diesem Bereich deutlich. Während man im gesamten Konzern bedingt durch den Verkauf von höherpreisigen Smartphones die Margen steigern konnte, befinden sich diese im IoT- und Lifestyle-Bereich eher auf dem abnehmenden Ast. Zu den Hardware-Produkten kann man also sagen, dass der Absatz bei Smartphones nachgelassen hat, aufgrund der Chip-Knappheit, dafür aber vor allem Premium-Produkte verkauft wurden und somit zu einer höheren Marge geführt haben. Beim IoT-Bereich war das anders, wo man zwar größeres Umsatzwachstum verzeichnen konnte, aber dafür mit dem Ertrag und den Margen runtergehen musste. Das ist aber jetzt der Blick auf Xiaomi als Hardware-Hersteller. Langfristig wollte Xiaomi aber mehr sein als nur Hardware-Hersteller und vor allem durch das Internetsegment deutlich wachsen. Wie sieht es also hier aus? Und hier muss man gleich sagen, überraschend stark. Das gesamte Internet-Service-Segment konnte um 27,1% zulegen. Treiber waren hier vor allem Umsätze aus dem Bereich Gaming, die um 25% gewachsen sind und zum größeren Teil Werbung, das um 44,7% gestiegen ist. Hier erklärt sich dann auch wiederum der Punkt, wieso im IoT-Bereich und hier gegebenenfalls im Bereich der smarten TVs die Hardware-Marge sinkt. Man versucht vor allem die Fernseher in China und Indien unter den Mann und die Frau zu bringen, durchaus auch zu günstigeren Preisen, wohl wissend, dass man dann über den TV oder die TV-Smartbox Einnahmen aus dem Werbegeschäft generieren kann, die dann ebenfalls zu höheren Margen auf der anderen Seite führen. Sehr schön ist auch die Entwicklung der internationalen Märkte im Internet-Service-Segment. Diese machen mittlerweile 19,9% am gesamten Segment aus. Zukünftig dürfte dieser Anteil sogar vermutlich noch weiter wachsen. Man kann also sagen, dass Xiaomi quicklebendig ist im Bereich Internet-Services. Hier stand Xiaomi extrem in der Kritik und viele hielten und halten es immer noch für unmöglich, dass sich Xiaomi langfristig von einem Hardware-Hersteller zu einem Internet-Konzern mausert. Zumindest im Moment kann jedoch davon keine Rede sein, denn das Internet-Segment liefert sehr starke Margen und war in diesem Quartal das Segment mit den stärksten Wachstum. Der Schlüssel wird aber sein, dass man langfristig alle Hardware-Produkte in eine große Plattform umwandelt. Hier wird dann auch der Bereich VR, AR relevant sein, an dem Xiaomi arbeitet. Genauso aber auch der Bereich Elektroautomobilität. Dadurch werden aber in den kommenden Jahren die Kosten eher steigen als sinken. Das sieht man auch an der Kostenstruktur, die deutlich steigt und für dessen Anstieg vor allem erhöhte Forschungs- und Entwicklungskosten verantwortlich sind. Ein Großteil dieses Aufwandes wird im Moment in den Aufbau einer E-Auto-Produktion reingesteckt. Wie genau diese aussehen wird, steht aber immer noch nicht fest. Die Massenproduktion soll aber bereits im ersten Halbjahr 2024 starten. Xiaomi investiert im Moment also enorm viel in dieses Projekt, was dazu führt, dass Kosten tendenziell eher steigen dürften und man unterm Strich weniger Nettoertrag generieren und ausweisen wird. Die wichtigste Aussage ist aber, dass Xiaomi's Kerngeschäft weiterhin stabil ist. Man kann die Margen im Smartphone-Geschäft steigern und trotz Chip-Knappheit auch Wachstum generieren. Auch im IoT-Bereich kann man wachsen, jedoch auf Kosten der Margen, die man aber seinerseits wiederum durch ein kräftiges Plus im Internetsegment reinholt. Xiaomi's Entwicklung hin zu einem Konnektivitäts- und Internetunternehmen ist meiner Ansicht nach weiterhin intakt. Das Problem ist jedoch der schwächelnde chinesische Markt sowie die großen Herausforderungen durch das Elektroauto-Großprojekt. Vom Markt wurden jedoch auch insgesamt bessere Zahlen für dieses Quartal erwartet. Geliefert wurden 78,06 Milliarden an Umsatz, erwartet wurden 78,82. Enttäuschend war aber vor allem der Ertrag pro Aktie, der mit 0,20 deutlich besser erwartet wurde als die gelieferten 0,03 Ertrag pro Aktie. Die Reaktion fiel auf den Märkten entsprechend auch negativ aus. Die Aktien von Xiaomi sanken in Hongkong um knapp 8% und erreichen ein neues Verlaufstief. Die Aktie von Xiaomi befindet sich also wie viele andere chinesische Aktien in einem Bärenmarkt, wobei Xiaomi gleich von mehreren Seiten Probleme bekommen hat. Angefangen durch die Trump-Regierung, dann befeuert durch die eigene Regierung und jetzt sehen vor allem Investoren die neue Strategie von Lei Jun nicht ganz so positiv. Xiaomi ist gestartet mit einer großen Vision und dem Ziel, ein Internetunternehmen zu werden. Mitten auf dem Weg wurde diese Version jetzt aber erweitert. Ganz wichtig, nicht ersetzt, wie so manche behaupten, sondern erweitert. Das Ziel ist es weiterhin ein Software- und Internet-Serviceunternehmen zu werden. Die Plattform wird aber erweitert. In Zukunft wird ein smartes Auto genauso wichtig sein für den Alltag wie ein Smartphone und auch VR und AR-Brillen werden wichtiger werden. Genau deswegen investiert Xiaomi nun enorm viel Kapital in zukünftige Produkte. Die teuersten werden aber hier vor allem im Bereich Elektromobilität sein. Und da zum einen der Ausgang ungewiss ist und zum anderen man Ergebnisse erst in einigen Jahren sehen dürfte, während man viele Kosten aber bereits jetzt schon hat, führt das entsprechend eben dazu, dass viele Investoren sich jetzt von Xiaomi trennen. Ich selbst gehe davon aus, dass wir hier einen längeren Weg gehen müssen und wir vermutlich das gleiche sehen werden wie in den Jahren 2019 bis 2020. Eine längere Durststrecke, die dann bei Erfolg in eine ordentliche Rallye übergehen könnte. Lei Jun setzt seine ganze Reputation ein für seine große Vision von Xiaomi bis 2025. Diese Vision ist mit Risiken verbunden, die viele Investoren nicht eingehen wollen und sich jetzt von der Aktie trennen. Ich selbst sehe keinen Grund, meine Xiaomi-Position zu verringern. Ich habe bewusst in Lei Jun und das Xiaomi-Management investiert und das auch in den Jahren 2019 bereits. Wenn es einem Management-Team gelingen kann, dann auf jeden Fall diesem hier. Wobei man hier als kurzfristig orientierter Anleger und Trader wohl die nächsten Monate nicht viel holen wird können. Wer jedoch in ein Unternehmen mit starken Produkten und einem starken und visionären Management-Team investieren möchte, für den bietet sich Xiaomi auf jeden Fall an, auch wenn man erneut dafür für einige Zeit durch eine Durststrecke wandern könnte. Und um auf die eingangs gestellte Frage zu antworten, nein, ich denke nicht, dass die erweiterte Version für Xiaomi das Unternehmen gefährdet. Sie ist im Gegenteil wichtig, damit Xiaomi zukunftsfähig bleibt, aber sie führt eben zu erhöhten Ungewissheiten, die der Markt und viele Investoren eben oftmals vermeiden wollen. Mich würde jetzt aber noch interessieren, wie du die Situation einschätzt. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.